Herr Bundespräsident Moritz Lohenberger, Frau Dr. Angela Merkel, Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland, Mr. Zhang Pei Lin, Vice Premier of China, dear friends, a cordial welcome to the 36th annual meeting of the World Economic Forum. Das 36. jährliche Treffen des Weltwirtschaftsforums hier in Davos. Wir sind ein wirkliches globales Dorf. Eine umfassende Gruppe ist hier zusammengekommen aus allen Teilen der Welt. Ich möchte Ihnen vier Gründe dafür angeben, warum wir hier sind. Und erstens sind wir uns der Tatsache bewusst, dass die großen Herausforderungen dieser Welt sich nicht durch Regierungen oder durch die Zivilgesellschaft oder auch durch die Privatwirtschaft lösen lassen. Was wir brauchen, ist eine echte Zusammenarbeit, ein Zusammenwirken aller Interessengruppen der globalen Gesellschaft. Und da sind wir nun hier und haben uns zusammengefunden. Die Führer der Wirtschaft, die Politiker, die führenden Persönlichkeiten des akademischen Lebens und die Wissenschaftler. Es ist sehr, sehr wichtig, dass unsere Diskussionen nicht etwa von ethischen und moralischen Werten getrennt verlaufen. Ganz besonders möchte ich unsere religiösen Religionsführungspersönlichkeiten hier begrüßen. Es ist so wichtig, dass wir vorausblicken. Und deshalb möchte ich ganz besonders auch die jungen globalen Leaders unter uns begrüßen. Wir sind eine wirkliche weltweite Gemeinschaft, die sich hier zusammengefunden hat. Der zweite Grund, warum wir hier sind, da spreche ich für die Privatwirtschaftspersönlichkeiten, die hier sind, die tausend Vertreter der Privatwirtschaft. Wir sind hier, weil wir alle an die globale Weltbürgerschaft der Unternehmen glauben. Wir sind der Meinung, dass die Privatwirtschaft heute die Pflicht hat, den globalen Kontext zu verbessern und die Lage der Welt zu verbessern. Denn Unternehmen können nur florieren in einer Welt, in der die Dinge gut verlaufen. Der dritte Grund, warum wir hier sind, ist, weil wir die globale Agenda gestalten wollen und müssen. Viele Konferenzen auf der ganzen Welt sind heute einem bestimmten Thema gewidmet. Aber wir sind hier und wir betrachten alle Facetten und alle Einzelheiten der globalen Agenda, alle Aufgaben, die uns bevorstehen. Es ist dies eine einzigartige Gelegenheit zu Beginn des Jahres, durch unsere Interaktion, durch unser Zusammenwirken, durch unser Brainstorming, einmal festzustellen, wo liegen die Schwerpunkte, wo sind die Prioritäten, welche sind die grundlegenden Fragen. Und all diese Fragen stehen im Zusammenhang miteinander und wir haben den systemischen Ansatz gewählt. Schließlich und endlich gibt es einen vierten Grund, warum wir hier sind. Wir sind hier zum Dialog und zur Aktion. Dialog ist wichtig. Denn die Grundlage für Aktion ist gegenseitiges Vertrauen. Wir sind hier, um einander zuzuhören, selbst wenn wir aus verschiedenen ethnischen Gemeinschaften kommen, wenn wir verschiedene Werte haben und auch verschiedene Meinungen vertreten. Aber wir müssen unser Verständnis verbessern und dadurch schaffen wir die Grundlage für Aktionen. Das Thema, das Motto dieses Jahrestreffens ist der kreative Imperativ, also das Gebot des schöpferischen Ansatzes. Allzu oft wenden wir alte Rezepte an für Situationen, die sich aber stark verändert haben. In unserer sich rasch wandelnden Welt, in unserer Welt im Umbruch, müssen wir uns des Paradigmenwechsels bewusst werden. Wir müssen eine neue Einstellung entwickeln. Ein konstruktives Herangehen ist angesagt bei der Gestaltung unserer Zukunft. Wir werden in unseren Interaktionen, in unserem Zusammenwirken in den nächsten vier Tagen nur dann Erfolg haben, wenn wir an diesem Treffen nicht nur mit unseren Köpfen dabei sind, sondern auch mit unserem Herzen. Wenn wir leidenschaftlich unsere Themen betrachten und wenn wir Mitgefühl zeigen, weil wir erkennen, dass sich diese Themen nur gemeinschaftlich lösen lassen. Wir haben die Vision, gemeinsam für eine bessere Welt zusammenzuarbeiten. Abschließend möchte ich im Zusammenhang mit diesem Motto dieses Treffens, das heißt im Gebot der Schöpfung, ein Gedicht zitieren. Ich möchte es auf Englisch übersetzen. Christian Bourbain hat Folgendes geschrieben. Er hat gesagt, jeden Morgen schaue ich zum Fenster hinaus und ich sehe einen Baum, der im Garten steht. Und ich frage den Baum jeden Morgen, was gibt es heute Neues? Und tausende Blätter antworten mit einer Stimme alles. Wenn wir am Ende dieses Treffens dann sagen können, dass sich etwas verändert hat in unserem Leben oder dass sich etwas verändern wird in unseren Institutionen, dann haben wir unser Ziel erreicht. Ich habe jetzt die große Freude und Ehre, den Schweizer Bundespräsidenten, Herrn Leuenberger, zu bitten, uns im Namen des Gastgeberlandes zu begrüßen. Ich möchte diese Gelegenheit benutzen, um unseren Schweizer Freunden vom Bund, vom Kanton Graubünden und von der Landschaft Davos recht herzlich zu danken. Für die großartige Gastfreundschaft und für die vielseitigen Anstrengungen, um uns hier unser Leben so angenehm, so gastfreundschaftlich und so sicher zu gestalten wie möglich. Herzlichen Dank an alle, die mitgewirkt haben, dieses Jahrestreffen vorzubereiten und ich bitte Sie, Herrn Bundespräsident Leuenberger, zu begrüßen. Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin, lieber Herr Schwab, meine sehr verehrten Damen und Herren, Was die Anrede aller übrigen, wichtigen Vertreter aus dieser Welt betrifft, schließe ich mich vollumfänglich der Anrede von Herrn Schwab an. Meine Damen und Herren, willkommen in Davos. Davos war früher ein kleines Bergdorf. Ohne Menschen, welche an Utopien geglaubt haben, wäre es dies wohl auch geblieben. Doch dann kam Alexander Spengler. Er hatte sich in der Märzrevolution in Süddeutschland engagiert. Er wurde dort deshalb steckbrieflich gesucht und musste in die Schweiz fliehen und hat hier politisches Asyl erhalten und eine Arbeitsstelle gefunden. Damals wollten nur wenige Landarzt in einem abgeschiedenen Tal wie Davos werden. Hier entwickelte Spengler eine Therapie für Lungenkranke und lieferte damit den Stoff für Thomas Manns Zauberberg. Mit den Lungenkranken kamen auch politische Ideen nach Davos und machten es zu einem Kurort, in welchem heute nach neuen Therapien für die globalen Probleme gesucht wird. Familie Spengler sorgte für weitere Anstösse auf anderen Feldern. Sein Sohn Karl Spengler glaubte an die Friedenswirkung des Sports und begründete den Spengler Cup. Das ist das andere grosse Ereignis von Davos. Dieses internationale Eishockey-Turnier ist ein harter Wettbewerb, wo Männer in martialischer Kampfmontur mit Stöcken über das Eisfeld rasen und in voller Geschwindigkeit aufeinander prallen und das alles um den Siegerpokal zu ergattern. Da stellt sich also die Frage, gibt es das WEF deswegen, weil Alexander Spengler revolutionäre Ideen hatte und als Folge ausgewiesen wurde? Oder gibt es einen Zusammenhang zwischen der Asylpraxis der noch jungen revolutionären Helvetischen Alpenrepublik und dem heutigen Schutz, den die Schweiz dem WEF gewährt? Oder gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Spengler Cup des Sportpazifisten und dem WEF, diesen beiden Wettbewerben der grossen Player dieser Erde? Wir wissen es alle, so einfach ist die Logik von Ursache und Wirkung nicht. Nicht jeder Pöck, den wir anstossen, ist auch schon das Siegestor, das wir uns wünschen. Der junge Alexander Spengler beabsichtigte ja als politischer Freiheitskämpfer nicht, in ein Bergdorf verschlagen zu werden. Ebenso wenig konnte er ahnen, dass 150 Jahre später jene Freiheiten, an die er glaubte, in diesem Dorf einen Brennpunkt der globalen Diskussion bilden würden. Es ist auch dem WEF nicht anders gegangen. Zuerst war es ein zwangsloses Gesprächsforum ohne Krawatten unter Wirtschaftsführern. Dann der global kritisierte Inbegriff des eiskalten Wirtschaftsegoismus. Dann Treffpunkt von Politik, Wirtschaft und Kultur aus Nord und Süd, Ost und West. Und auch ausserhalb von Davos bewirkte das WEF vieles, was es gar nicht beabsichtigte. Aus Protesten haben sich kreative, alternative Veranstaltungen in aller Welt entwickelt. Alexander Spengler wäre wohl gegen das WEF auf die Barrikaden gestiegen. Später hätte er vielleicht am Open Forum mit der deutschen Bundeskanzlerin darüber diskutiert, wie und warum ehemals linksextreme Ideen zu bürgerlichen Werten geworden sind. Auch wenn wir nicht alles planen und vorhersehen können, stellen wir doch fest, es braucht kreative und auch revolutionäre Ideen. Sie können aufgenommen und mehrheitsfähig gemacht werden. Es braucht den Staat, der diesen kreativen Raum auch vor innerer und äusserer Bedrohung schützen kann. Es braucht, so wie im Eishockey, auch in der Wirtschaft einen Schiedsrichter, damit der Wettbewerb funktioniert, zum Wohle der Wirtschaft selber. So kann der Mensch die Kreativität entwickeln, mit der er neue Antworten gegenüber existenziellen Herausforderungen findet. Und es gibt dafür Beispiele. Die Berge, die wir hier bewundern, flößten einst Angst ein. Lawinen waren für die lokale Bevölkerung eine ständige Bedrohung. Heute sind sie dank menschlichem Erfindungsgeist und politischem Einsatz der Gemeinschaft ein weitgehend beherrschbares und kalkulierbares Risiko. Ein Tsunami, ein Erdbeben oder eine Überschwemmung sind keine göttlichen Strafen und sie sind auch kein Schicksal, das wir fatal über uns ergehen lassen müssen. Die Menschheit ist lernfähig und kann Verantwortung übernehmen. Sie hat Frühwarnsysteme entwickelt, mit denen viele Naturkatastrophen rechtzeitig erkannt werden können. Die Folgen eines Erdbeben in Lissabon oder in Basel wären heute niemals mehr dieselben, wie sie es damals gewesen sind. Es gab Anfang des 20. Jahrhunderts anarchistische Extremisten, die für ihre Attentate auch den eigenen Tod nicht scheuten. Ihre Ideen wurden in einem langen politischen Prozess der Nährboden entzogen, in dem sozialer Ausgleich und Chancengleichheit geschaffen wurde. Für diesen politischen Prozess braucht es allerdings organisierte Gemeinwesen mit funktionierenden Institutionen und politischem Willen. Und das braucht es auch heute noch. Die Probleme dieser Welt rufen nach kreativen Lösungen. Manche glauben, im Wettstreit der Ideen bilden sich die besten Lösungen ganz von selber, mit der berühmten, unsichtbaren Hand der Marktwirtschaft. Doch damit sich die Kreativität entfalten kann und damit sie Wirkung zeigen kann, braucht es eben auch Rahmenbedingungen. Und die kann der Wettbewerb selber nicht schaffen. Hungrige Menschen können nicht kreativ sein. Sie verwenden all ihre Energien auf ihr eigenes Überleben und darum braucht es soziale Netze. Unterdrückte Menschen können nicht kreativ sein und darum muss der Staat die Meinungsfreiheit und den Rechtsstaat garantieren und pflegen. Ohne Aufklärung können Menschen kaum je kreativ sein, denn es fehlen ihnen die notwendigen Grundlagen dazu. Und darum braucht es einen Staat, welcher die Bildung aller organisiert. Auf dem Markt muss der Staat Rahmenbedingungen setzen. Gelte einzig das Gesetz von Angebot und Nachfrage, so würde niemand dafür sorgen, dass auch künftige Generationen eine Chance haben, mit kreativen Ansätzen neue Lösungen zu finden. Wir alle wissen, dass der hohe Verbrauch von fossiler Energie das Klima verändert und dies mit eine Ursache für Umweltkatastrophen ist. Es gibt viele kreative Ansätze für die Entwicklung von Alternativen. Sie können sich aber auf dem Markt nicht behaupten, weil sie noch zu teuer sind. Der Staat muss die Rahmenbedingungen für die Weiterentwicklung schaffen, sonst riskieren wir eine Energielücke. Die gesamte Weltwirtschaft würde massiv darunter leiden. In den Schwellenländern würde der Zugang zu erschwinglichen und sauberen Energiequellen versperrt, mit allen Folgen für das Klima auf unserer Erde. So wie das Hockeyspiel kein Schlachtfeld ist, sondern ein komplex geregeltes Spiel, das einen Schiedsrichter braucht, so benötigt der Wettbewerb einen Regulator, damit er nicht in einen sinnlosen Verdrängungskampf ausartet. Und dieser Schiedsrichter ist der einzelne Staat mit seinen Gesetzen. Es ist auch die Staatengemeinschaft mit ihren verbindlichen Abkommen über den Klimaschutz, über das Folterverbot, so wie über die neuen Institutionen wie der internationale Strafgerichtshof. Es ist sehr gefährlich, den Schiedsrichter zu diskreditieren. Auch für einen starken Eishockey-Spieler, auch für eine Grossmacht. Denn was geschieht, wenn diese Schiedsrichter- und Ausgleichsfunktion nicht wahrgenommen wird, sehen wir in vielen Krisengebieten mit reichen Rohstoffvorkommen. Trotz des Reichtums leben die Menschen in bitterster Armut und fordern ihren Anteil am Wohlstandskuchen ein. Einige zapfen Pipelines an, entführen Mitarbeiter von Ölfirmen und zwingen diese oft zur Einstellung von Aktivitäten. Wer im Regulator, wer im Staat nur den Wirtschaftsblockierer sieht, vergisst, dass ohne Eigentumsgarantie, ohne Vertragsschutz und vor allem ohne sozialen Ausgleich kein Wohlstand und auch keine Märkte zu haben sind. Die Staaten sind auf den schöpferischen Wettbewerb von Ideen angewiesen und deswegen garantieren sie die nötige Freiheit, damit Kreativität sich entfalten kann. Doch damit verbunden ist die Verantwortung jedes Einzelnen, diese Freiheiten zu nutzen, für die öffentliche Sache zu nutzen und die Erkenntnisse dann auch umzusetzen, ihnen Taten folgen zu lassen. Ohne Kreativität kriegt die Zukunft kaum Kredit. Doch dieser Kredit wird erst eingelöst durch die Kraft der Tat. Dank der Tatkraft eines Alexander Spengler ist das kleine Bergdorf Davos zu einem globalen Zentrum für Kreativität geworden. Wir alle, die wir in diesen Tagen hier sind, wollen nicht nur den Gedankenaustausch pflegen. Erst wenn wir, wo immer wir stehen, in Wirtschaft, Politik oder Kultur, diese Gedanken auch umsetzen, haben sich die Gespräche hier gelohnt. Ich wünsche Ihnen alle fruchtbare Gespräche. Herzlichen Dank, Herr Bundespräsident Leuenberger. Es ist mir jetzt eine ganz besondere Freude und Ehre, Frau Bundeskanzlerin Dr. Merkel zu bitten, zu uns zu sprechen. Frau Bundeskanzlerin, Sie sind ja nicht das erste Mal in Davos und ich darf mit einer gewissen Genugtuung sagen, dass bereits 1993, als Sie ganz junge Ministerin im Kabinett von Bundeskanzler Kohl waren, kurz nach der Wiedervereinigung, dass wir Sie damals zum Young Global Leader for Tomorrow ernannten. Und jetzt sind Sie ein Global Leader of Today. Sie waren hier auch in den vergangenen Jahren und ich habe Sie immer bewundert, weil Sie waren fast zu ein Jahr. Aber diese authent menschliche Nä Entferbarung war in Universitäten. Also auch hier sinister jetzt Kinder Jaubiger,